Erklärung. Es ist Antwort B. Aus Position 2 dreht sich der obere Löffel am häufigsten. Schlägt die Weihnachtsfrau auf die Schaufel des unteren Löffels, dreht dieser sich um den tiefsten Punkt der Schaufel. Sein Stielende hebt sich an und fährt dabei an der Unterseite des oberen Löffels entlang. In Position 1 berührt der untere Löffel den oberen nur an dessen Schaufel. Der obere Löffel wird kurz hochgeschleudert, aber dabei kaum in Rotation versetzt. In Position 2 berühren sich die beiden Löffel an zwei Stellen. Der obere Löffel wird angehoben. Gleichzeitig gleitet der Stiel des unteren am oberen Löffel entlang, sodass dieser über einen längeren Zeitraum nach oben beschleunigt wird, somit höher fliegt und in eine starke Rotation versetzt wird. In Position 3 berühren sich die Löffel an zwei Stellen. Allerdings fährt der Stiel des unteren nur am Stiel des oberen entlang und versetzt ihn in eine Rotation. Der obere wird aber kaum angehoben, sodass er schnell wieder zu Boden fällt und nur wenige Drehungen ausführen kann. In Position 4 berühren sich die beiden Löffel nur an einer Stelle, an den beiden Stielen. Der Stiel des unteren Löffels streift bei seiner Rotation nur kurz den Stiel des oberen Löffels und kann diesen dadurch kaum anheben und nur leicht in Rotation versetzen. Er führt somit nur wenige Drehungen aus. Es kommt also bei der Energieübertragung zwischen den beiden Löffeln sowohl auf den Berührungs- und Drehpunkt als auch auf die Länge des Hebels an, um sowohl auf die maximale Flughöhe als auch auf die maximale Drehgeschwindigkeit des zweiten Löffels zu kommen. Sucht mal im Internet nach dem Begriff Hebelgesetze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017